Moment am gefährlichsten von den Gegnern. Die Skelette machen nicht wirklich viel Schaden und die Ghouls, ja, die machen eigentlich auch nicht sehr viel. Aber die Zombies können einen ja vergiften und das wäre hier unten ziemlich ungünstig, wenn wir mit einem Charakter rumlaufen müssen, der ständig Schaden durch Gift bekommt. Ja, geil, das ist in Ordnung. Steinbrecher. Können wir nicht benutzen, aber wir können mal schauen, ob unser Kapselmonster denn den Steinbrecher fressen will. Ja, und damit haben wir es in der Ahnhöhle geschafft, unser Kapselmonster weiterzuentwickeln. In einen, ja, komischen Moskito. Und wir haben auch schon gesehen, er kann auch sofort eine neue Attacke. Den Heilkuss. Und so langsam... Boah, diese Folmes machen mich wirklich wahnsinnig, ey. Das ist absolut... Das geht nicht. Sehr gut. Ja, war klar. Eine Sackgasse. Ja, komm, wir gehen einfach mal runter. Oh, noch ein Steinbrecher. Gut, da oben geht es nach unten. Ja, da oben geht es nach unten. Wir finden jede Menge Zaubertränke, aber leider keine... Zauber. Oh. Äh... Können wir... Ja komm, wir machen das mal. Wirklich schade, dass die Todeswaffen auf tote Gegner nicht wirken. Oh nein! Ja, was anderes können wir im Moment leider nicht machen. Der Einzige, der hier den Schaden austeilt, ist Athea, unser Elf. Wow! Na komm. Ja. Das war auf jeden Fall zu erwarten, dass unser Kapselmonster da jetzt... Oh! Wird er fehlen für eine knappe Sache jetzt. Aber das Schlimmste haben wir jetzt in dem Kampf überstanden. Dürfte theoretisch nur noch ein Angriff von Atheas sein und der Zombie ist Geschichte. Ja. Wunderbar. Und wir haben sogar Erstschlag. Sehr gut. Ah, wir haben vergessen, Selan zu heilen. Das müssen wir auf jeden Fall mal noch jetzt nachholen. Das sieht auf jeden Fall stabil aus. Werden wir mal sehen, ob wir den... Äh... Ja. Gut, äh... Die haben wir nicht zum Verfüttern. Aber wir machen uns weiter auf den Weg. Und... Ähm... Oh Gott, sag mal, wie viele Steinbrecher liegen hier unten rum. Oh, ne. So, wir werden jetzt, äh... Und da mich die Frame-Einbrüche hier wirklich fertig machen, äh... Sehen, dass wir relativ schnell... Ne, da wollen wir nicht hin. Äh... Dass wir relativ schnell, äh, in das Untergeschoss 20 kommen, damit wir die Gotteshand, äh... finden können. Um anschließend... Das Ganze werden wir jetzt erst einmal hier schnell, äh, abbrechen. Wir brauchen eine Treppe nach unten. Ähm... Die haben wir hier. Na komm, jawoll. Untergeschoss 19. Ja, toll. Schock. So, wir machen das hier Ganze im Schnelldurchlauf. Hahaha. Schade, kein tödlicher Treffer. Aber der war tödlich. Machen wir noch einmal einen kompletten Level ab. Finden einen Heilsirup und... Gehen sofort... Wieder eine Etage tiefer und sind somit... In einem, ja... Neuen Gebiet. Der Ahnenhöhle. Und jetzt müssen wir wirklich langsam aufpassen. Das... Das ist alles? Na gut. Maßanzug. Und... Jetzt werden wir wahrscheinlich das Glück, beziehungsweise das Pech haben und, äh... Die Gotteshand Ewigkeiten nicht finden. Boah, diese Frame-Einbrüche. Hm. Das ist ein Nerven-Dolch. Und das könnte jetzt wirklich tödlich enden. Aber... Es ist ziemlich gut... Oh, Ceylon. Ich bin ja begeistert. Wir werden jetzt noch einmal schnell das, äh... Silberauge... War das Silberauge? Oder... Genau. Das Silberauge werden wir jetzt noch einmal schnell, äh... Zu Guy rübergeben. Funke. Funke. Ja, toll. Jetzt, äh... Jetzt finden wir die ganzen Zauber. Jetzt, wo wir sie, äh... Nicht mehr brauchen. Gotteshand, jawohl. Und damit werden wir uns erst einmal nach draußen teleportieren. Wir haben hier jede Menge Sachen bekommen. Die Ahnenhöhle birgt viele Gefahren. Doch nur der Siegreiche wird belohnt. Ja. Oh, du bist schon zurück. Hier sind deine Sachen. Ich habe gut darauf aufgepasst. Du kannst nun hoch erhobenen Hauptes in die Stadt zurückkehren. Ja, das werden wir auch tun. Was steht eigentlich hier? Ausgang. Ja. So, damit haben wir auch, äh, den... Das erste Mal die Ahnenhöhle gesehen. Wir teleportieren uns erst einmal nach Balea. Werden, äh, die Kirche besuchen. Und uns... Wir haben ja, äh... Wir haben ja, äh, die Kirche besuchen. Ja, da, äh, das Silberauge können wir natürlich AT ergeben. Das trifft sich ganz gut. Und ich hatte gerade gesehen, dass, äh, der Reflektor doch verflucht ist. Werden wir eben schnell mal Guy, äh, heilen. Und schauen erst mal, wie viel... Ja, macht auf jeden Fall einiges aus. Und an dieser Stelle, wir speichern jetzt einmal ganz schnell. Doppelt hält natürlich besser. Und ich würde ganz einfach mal sagen, ich bedanke mich erst mal fürs Zusehen. Und hoffe, der kleine Ausflug in die Ahnenhöhle hat euch soweit gefallen. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.